Jetzt stellen wir den mal hier her. Jetzt stellen wir den mal durch hin. Nee. Okay, Isolde. Hä? Scheiße! Leute, was ist denn das für eine Kack? Nein, das wird doch welche. Ich würde den mitnehmen. Scheiße. Ich will auch in der Rauche. Es ist gemein. Es ist fies. Schnee-Wendleister. Das bringt ja nichts. Auf 준 geht's... Komm mal hierher. Komm mal hierher. Gehst du mal hierher? Du gehst jetzt mal hierher. Dann gehst du mal, hier rüß, hier rüß, hier rüß Haben wir's doch So Ha Sind wir Profis, sind wir Profis? Wir sind Profis Nein Ghoulim aus Fünsterwalde Okay, mein Kader, mein Gestiefelter Auf ihn mit Gebrüll, schlag ihn nieder Mach ihn alle Hau ihn um Balf, Balf, Balf Balf Okay Mannu Da ist unfair und fies und gemein und doof Die Statue strahlt eine übernatürliche Kraft aus, ich muss versuchen sie wieder zusammenzusetzen Ja Ja, hier liegt doch alles rum Halt nicht Oh 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 Und dort Und was ist das Juhu Ah Neichel Na komm erst mal her, mein Freund Ja, mein Freund Dann bauen wir ja mal das Schwert auf hier Los Ich brauche Magiepulver zur Verstärkung des Rapieren Ja Ja Und ich brauche auch gleich mal was hier So, was wollten wir jetzt? Kontidereiförter brauchen wir nicht Wir wollten jetzt, äh, was wollten wir jetzt? Wir wollten jetzt? Wir wollten jetzt? Wir wollten jetzt? Ja, ja, genau Nein, wir wollen ja aufs Dach Ich habe das Gefühl Hier wird etwas drin sein, was wir wollen Und brauchen Und Jetzt hat's Staudunfragment Aha Wir machen alles kaputt und verstreuen das einfach überall Wie sind die drauf? Hey Schau mal, Kleines, meine goldene Eichel Meine Ja, du solltest mal Eierputsch trinken Wo kriegen wir jetzt magischen Staub her? Aus dem Park Aus dem Park Ah Guck mal, mein Hochzeitsgeschenk ihr kleinen Schnuffels Mnum num 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 ist das lecker Aha Wulf Pflop Ich mache default Pflop Na Licht Pflop Sma Pflop ?」 Wulf 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 Okay ein Mein gestiefelter He... Oh, ewige Säde. Mit ins Herz. Ein mutiger Kader. Ein mutiger Kader. Ein mutiger Kader, was? Was ist das? Schwerkraftstein. Das Herz ist eiskalt. Ich muss etwas finden, ob ich es schmelzen kann. Mit unserem ausgelöschten Feuersalamander. Das unfreiwillige Bart hat das Feuer des Salamanders gelöscht. Er braucht Feuer, damit er wieder brennt. Ich zünde gerne kleine Viecher an. Das macht Spaß. Ah, der Ische müssen Sie einziehen. Ah. Was ist das? Statuenfragment. Wieso soll ich das eigentlich bauen? Habe ich es kaputt gemacht? Nö. Also will ich es auch nicht bauen. Info. Restauriere die Statue, in denen du ihre Fragmente richtig einsetzt. Yeah. 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 So. Das passt aber hier. Was haben wir da? Das passt doch voll hier. Jups. Das passt hier. Das passt hier. Und das passt hier. Oh, süßen Hamster. Mit einem Fisch in der Hand. Ein Fisch... Oh, nee, ist der Katze. Ehh, I've been asleep forever. Oh, but what's this? I have guests. Oh, good. I like to entertain. Let's play a game of true or false. No. Ich let's play Christmas stories. Santa Claus lives at the North Pole. Nö. You got it. Santa's brother in Russia is called Father Frost. Gib die korrekten Antworten auf die Fragen des Geisterkaders. Ja. Das heißt noch. The Chinese New Year is in the middle of summer. Nö. You got it. Sag ich noch. Na komm. Weiter fragen. People decorate palm trees. You got it. Also Beilen. Also Kater her. Uff, Mensch. Du bist aber Eier. Ja, bei dir vielleicht. Aber nicht bei mir. Du alter böser Kater, du. Du bist aber auch ein Frecher. Komm zurück, wenn du ever needst, dass Eis in Feuer wieder zu verändern. Aha. Ah. Eis zu Feuer. Hallo. Der Geisterkater kann Geheimnisse lüften und mir Tipps zu bestimmten Gegenständen geben. Oder auch nicht. So, sag mal wieder was. Und gib's. Kommen wir schon rüber? Wie kommen wir schon drüber? Was für ein hübscher Baum. Wie einzigartig. Die kleine Mieze-Katze da drin. Hihihihihi. So, was haben wir denn hier? Oh, dann können wir Eis zu Feuer verwandeln. Wenn ich etwas einpflanze, möchte ich hier die Idee. Ist der ideale Ort dafür. Ja, wenn ich etwas einpflanze, ich pflanze dich ja gleich ein. Aha. Mein feuriger Helfer sollte das ja schmelzen können. Ja, dann gehen wir erstmal kurz zurück, nicht? Hallo, du. Du, ich hab da, ich hab da Eis. Kannst du mir da Feuer draus tun? Die Feuer-Sferer-Heat wird sogar das kalteste Herz. Good luck saving the girl and Christmas. Ich wünsche dir ein Merry Christmas. Können wir dir das jetzt in den Kopf stecken? Können wir dir das jetzt in den Kopf stecken? Hm. Aber das geht, oder? Schmelz, 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 schmelz. Und wir wissen ja schon, wie wir es einpflanzen müssen. Und zwar hier. Die Zauberbohne des Weihnachtsmanns. Der arme Baum, seine Wurzeln sind gefroren. Aber wir haben jetzt eine Feuerblume. Nicht schon wieder abstürzen, bitte. Ah, ich bin wieder aufgehängt. Ich kriege gleich eine Macke bei dem Spiel. Na gut, liebe Freunde, dann sehen wir uns gleich in der nächsten Aufnahme. Ups, nein, zurück. Hey, da bin ich wieder. Hat sich doch nicht so aufgehängt, wie ich gedacht hab? Ging gerade doch weiter. Unser brennender kleiner Freund. Dieses Wasser ist ungewöhnlich. Es verfügt über Heilkräfte. Ich soll dir ein wenig davon mitnehmen. Ah. Okay, eins finden wir uns noch. Komm, mein gestiefelter Freund. Hau sie weg. Kleine blöde Mini-Mietz. Äh, jetzt. Ah. Ah, ne, Viola ist da drin. Viola. Können wir das die Alte da retten? Oder was? Oder wie? Ja, mit unserem super-duber-Trink-Heilwasser. Ja. Haben wir noch was? Der Baum, seine Wurzeln sind gefroren. Aha. Glipp, 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 glipp. Gah, wunderschön. Okay, wir haben ein WBS. Findebare sechsmal. Mann, bin ich gut. Ahem. Ach, es wimmelt Weihnachtelsherr. Nein, ein Apfel. War das ein Apfel? Nein, war es nicht. Ah, da ist ein Apfel. Oh, da war die Apfel. Hier, da war die Apfel. Findet noch vier Paare. Ja, aber ein Schmetterding. Und da haben wir eine Uhr. Eine Schmetterding-Uhr. Die Boi. Wo waren die Blöde Kerze? Hier. So. Schmetterling, Schmetterling. Gute Freunde essen gerne Schmetterling. Schmetterling. Ah, Schmetterling. Finde noch zwei Paare. Willst du mich hier was erschieben können? Hä? Ah. Tick-Tack, tick-Tack, ruft's aus dem Wald. Oh. Und noch eins. Hm? Hä? Hallo? Nein, ich stehe gerade nicht. Ah, wie war uns denn nicht hier rum? Wo kannst du denn sein, Freunde? Wo kannst du denn nur sein? Mein Freund, der gestiefelte Kater. Ah, so gut. Gut gemacht. Großartig, das könnte nützlich sein. Ja. Aber wir haben hier unheilvolles Heilwasser. Haben es an den Baum gekippt. Aber bevor wir hier dieses heilige, heilwasser, diesen kleinen Mädchen mal einflößern, damit es wieder gesund wird, das ist sie viel verlangt, oder wie? Hurra, der Weihnachtsstern! Wir sollten ihn schnell zum Weihnachtsmann bringen! Schnell zum Weihnachtsmann! Hallo, Weihnachtsmann! Guck mal, Weihnachtsmann! Ah, the Christmas star. It's so good to have you back. Well done. I knew we could count on you. Puss in Boots, I heard that you were only trying to help, Anna. Ja, das würde er. Perhaps my brother, Father Frost, can help. You'll have to travel to Russia to see him. But his granddaughter, the Snow Maiden, has quite a talent for healing herbs. Aha! Here, take this by way of introduction. I'm sure they'll help you. In the meantime, I'll just delay Christmas a bit. Aha! Auf nach Russland, Freunde! Neue Aufgabe! Reise zu Federschen Frost! Wie? Ach hier. Suche Russland! Kann ich das noch drehen? Ach hier. Das ist doch Russland! Na, das ist das Russland! Und... Ja, dort, und hier, und dort, und hier, und hier, und hier, und dort. Und dort. Ähm, ja. Info. Drehe den Globus um die Länder und Kontinente zu finden, die da Silhouette gleichen. Achso, ich muss gar nicht Russland finden. Alles klar. Ja. So. Ich dachte, ich muss Russland finden. Meine Nerven. So, ja. Und dann haben wir noch... Sieht aus wie ein Pupel. Nein. Nein. So, das haben wir. Und jetzt noch das dort. Das könnte sein... Hm, 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 hm. Hm, hm. Halt. Hm? Nein, nein. 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 Nö. Nö. Hm. Hm. Ach nein. So. Wir rappeln. Das auf alle Fälle. Schnitzelpuh. Das hier. Hä? Was ist doch das? Ist das nicht das? Hm? Was ist ein Blickfehler, oder was? Hm? Hm, hm, hm. Sag doch, was ist das? Äh, sag mal. Sag mal, verarschen, kenne ich mich allein, weißt du? Lüde, brauche ich dich nicht dazu. Schnitzelpuh. 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 Ach, sag ich doch. Ah, manchmal. Oh. Info. Lenke die Renntiere über die Wolken. Die, äh, was? Auf die Wolke zu, äh, die der auf dem Schlitten gleicht. Okay. So. Los blitzen, los, Donner. Los, Rudolf. Rudolf, der Red. Los, Red, hier. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Ja. Donner, blitzen, wie es alle heißen mögen. Hui. Oh, ho, ho, ho. Wir sind gleich da heute. Ja, 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 ja. So. Hier war er endlich. Hui. Oh. Ewische Filmszene. Ich bin in Russland. Russland. Nun muss ich die Feder schön Frost finden. Ja, ich mach mal kurz eine Pause, Freunde. Okay, bis gleich. Ciao. 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 Dranc. Buh. Ja. Bye. Hyun ин song. Wow. Untertitelung des ZDF, 2020